Willkommen wieder auf YouTube bei Herrn Dr. Klingel. Ihr kennt sicherlich aus diversen anderen Kanälen die interessanten Filme mit den Dashcams. Da gibt es so einige mehr oder weniger lustige Videos über Verkehrsunfälle. Das ist für den einen oder anderen manchmal sehr hilfreich, um nachzuweisen zu können, was passiert ist. Wie ist denn da wirklich die Rechtslage? Da bin ich in der glücklichen Lage, Ihnen über ein aktuelles Urteil berichten zu können. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat entschieden, und das habe ich heute in die Hand bekommen, dass Dashcam genutzt werden kann, um damit zu beweisen, wie das Unfallgeschehen gelaufen ist. Was war der Hintergrund dieses speziellen Falles? Hier war ein Lkw-Fahrer, der aufgefahren ist. Und jeder kennt ja diesen Grundsatz, wer auffährt, ist schuld. Und so hat auch derjenige argumentiert, auf den der Lkw-Fahrer aufgefahren ist. Der Lkw-Fahrer hat aber gesagt, nee, 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 das stimmt alles nicht. Es ist hier kein Auffahrunfall normaler Art, sondern der hat die Spur gewechselt und hat mich vorher geschnitten. Ich konnte gar nicht abbremsen. Normalerweise wäre er in einer ganz unglücklichen Situation gewesen, weil es gilt der Grundsatz, wer auffährt, hat schuld, wenn man denn nicht das Gegenteil beweisen kann. Und er konnte das Gegenteil beweisen, weil er eine Dashcam hatte. Und zwar, Voraussetzung, damit dieses auch verwertet werden kann, war, dass die Dashcam, so das Urteil, eine fest eingebaute ist. Wo werden die Dashcams angebracht? Meistens am Fenster oder am Armaturenbrett. Und dann ist sichergestellt, dass diese Aufnahmen dann auch verwertet werden können. Ich kenne jetzt kein Urteil betreffend Dashcams, die über mobile Apps funktionieren. Aber hier hat das Gericht ausdrücklich entschieden, bei fest eingebauten Dashcams ist der Film verwertbar. Wurde der Film von einem Gutachter ausgewertet und er konnte ganz klar sagen, nein, der ist nicht einfach aufgefahren, weil er unaufmerksam war, sondern es gab hier einen Spurwechsel, mit dem dieser Lkw-Fahrer so nicht rächen musste. Der Unfall ist also passiert, weil derjenige, der den Spurwechsel vorgenommen hat, den Unfall verschuldet hat und das konnte ganz klar durch Auswertung des Filmes belegt werden. Das war jetzt für mich überraschend, aber auch sehr informativ. Denn ich hatte aus der Presse ganz andere Informationen vernommen, werde aber jetzt natürlich mal ganz gründlich darüber nachdenken, wie ich mein Auto jetzt richtig ausstatten werde. Gibt es da bestimmte Empfehlungen, die Sie mir geben können? Da kann ich Ihnen nur empfehlen, sich im Einzelhandel ordentlich beraten zu lassen. Dann werden Sie die richtige Wahl treffen und wenn da noch mal etwas passiert, dann werde ich Sie als Anwalt natürlich gerne vertreten können, weil dann ist der Erfolg vorprogrammiert. Das freut mich. Also, mach euch Gutes. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.